Ich bin der neue Roca-Präsident vom Blues-Club Bühler und somit auch der Open-Air-Chef von heute Abend und hoffen sich auch in den nächsten Jahren, wenn es gut läuft. Die erste Band, die wir mal präsentieren dürfen, ist bei uns im Blues-Color, respektive im Borken-Color auch schon unterwegs gewesen und das ist Bluesic. Bluesic ist eine fünfköpfige Band, die seit 2010 unterwegs ist und die Leidenschaft für Bodenständige, Erdniger Blues und Bluesrock zelebriert. Musik 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 Danke, Timon! Ihr habt verstanden, dass das Leben zu kurz ist, um traurig zu sein, oder? Deswegen kommt jetzt eine traurige Nummer. Eine Ballade von einem traurigen Mann, der immer den Blues gesucht hat, hat ihn aber nicht gefunden. Das hat wohl nichts gelogen. Das hat wohl keine Haaren. Das hat wohl nichts gelogen. Ich möchte kurz mal auf mein Band dafür richten durch, und unten aus dem Aufstellen zum Auslöser. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Und wir haben einen guten Abend gerade lassen. Und wir haben einen schönen Tag hier. Und wir haben eine gute Anrufe. Musik Und die Blätterli! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Hey, thanks a lot, right on, thank you Applaus